Euch sind 7, 8 oder gar 900 Euro zu viel für ein Smartphone? Kein Problem. In diesem Video zeige ich euch 5 Top-Smartphones mit toller Optik und guter Ausstattung für unter 250 Euro. Boah, was kann man Geld für ein Smartphone ausgeben? Teilweise ja schon über 1000 Euro. Das muss aber tatsächlich gar nicht sein. Denn ihr bekommt aktuell auch schon ein modernes Design mit Edge-to-Edge-Display sowie gute Hard- und Software für wenig Geld. Die Preise, die ich jetzt gleich nennen werde, sind Stand 13. Dezember 2017 und können leicht variieren. Starten wir mit dem LG Q6 für rund 210 Euro. Das Mittelklasse-Handy bietet ein nahezu randloses Display, das LG ja mit dem G6 erstmals eingeführt und damit quasi diesen 18 zu 9 Display-Hype gestartet hat. Auch das Q6 hat so ein 18 zu 9 Display und ist quasi randlos. Sehr schick. Der Bildschirm ist 5,5 Zoll und löst mit Full HD+, also 2160 x 1080 Pixel auf. Der Screen ist also schön scharf. Unter der Haube arbeitet der Snapdragon 435 mit 8 Kernen und einem Maximaltakt von 1,4 GHz sowie 3 GB RAM. Die Performance ist für die alltäglichen Aufgaben also völlig ausreichend. In den 32 GB großen Speicher passen jede Menge Apps, Fotos und Videos. Falls er doch mal voll sein sollte, setzt sie einfach an die Speicherkarte ein. Ach und die Fotos nehmt ihr mit der 13 Megapixel Haupt- oder mit der 5 Megapixel-Safie-Kamera auf. Der einzig echte Kompromiss, den ihr eingehen müsst, ist das Gehäuse aus Kunststoff, denn nur der Rahmen besteht aus Aluminium. Das behält sich LG dann doch für das Flaggschiff vor. Aber mit knapp über 200 Euro bekommt ihr mit dem LG Q6 ein optisch sehr schickes und insgesamt sehr gut ausgeschattetes Handy. Weiter geht's mit dem Vico View Prime für knapp 245 Euro. Auch das View Prime von Vico bietet ein Display im 18 zu 9 Format. Mit 5,7 Zoll ist der Bildschirm jedoch etwas größer als beim Q6, löst aber mit HD Plus etwas geringer auf. Ist zwar nicht mehr der aktuelle Stand der Technik, aber ich denke für diesen Preisbereich geht die Schärfe trotzdem noch voll in Ordnung. Das Gehäuse besteht aus schickem Aluminium. Es gibt eine Dual-Kamera mit 20 und 8 Megapixeln, auf der Vorderseite eine 16 Megapixel-Kamera auf der Rückseite, sowie eine Dual-SIM-Funktion. Der Speicher ist mit 64 GB zudem ordentlich groß, kann optional aber trotzdem noch via MicroSD-Karte erweitert werden. Ziemlich geil, das gibt's aber bei vielen Heim-Modellen nicht mehr. Unter der Haube stecken ein 3000 mAh Akku, die Octa-Core CPU Snapdragon 430, sowie 4 GB Arbeitsspeicher. Also die geringe Auflösung muss man verschmerzen, aber sonst macht das View Prime für den Preis von knapp unter 52 Euro eine sehr ordentliche Figur. Als nächstes habe ich das frisch im Dezember vorgestellte Honor 7X für unter 250 Euro für euch. Das 7X punktet mit einem nahezu randlosen Display, einer Dual-Kamera mit 16 und 2 Megapixeln, sowie einem schicken Metallgehäuse. Ich sag jetzt mal nicht, von wem sich der Honor hat inspirieren lassen. Sieht aber auf jeden Fall ziemlich nice aus. Mit dabei so ein 64 GB interner Speicher, der erweitert ist. Ein 3340 mAh Akku, sowie 4 GB RAM und eine Octa-Core CPU. Klingt also alles ziemlich nach High-End-Smartphone, kostet hier aber nur 300 Euro. Und ja, das Video heißt Smartphones unter 250 Euro. Und das ist es ja auch, denn bis zum 15. Januar gibt's eine Cashback-Aktion, daher haltet ihr beim Kauf 50 Euro zurück, also zahlt nur 52 Euro. Ist das geil oder was? Machen wir weiter mit dem Huawei P10 Lite für rund 225 Euro. Das P10 Lite ist die abgespeckte Version des Top-Smartphones Huawei P10 mit Leica-Doppelkamera. Die Lite-Version ist mit einem 5,2 Zoll großen Full-HD-Display ausgestattet. Als Motor dient die eigene Octa-Core CPU Kirin 658, hinzu kommen 4 GB RAM und ein 32 GB großer Speicher, der via MicroSD-Karte erweiterbar ist. Der Akku ist 3000 mAh groß. Das Handy bietet zwar kein Edge-to-Edge-Display, sowie die anderen Modelle, macht aber trotzdem Laune, weil es hochwertig verarbeitet ist und eine gute Performance bietet. Und zum Schluss stelle ich euch noch das Nokia 6 für etwa 225 Euro vor. Für den Preis gibt es ein Handy mit wertigem Aluminium-Gehäuse und aktuellem Android. Weil auf dem Nokia 6 Android in Reihenform läuft, könnt ihr euch sicher sein, zeitnah die neuesten Software-Updates zu erhalten. Das ist schon sehr cool und nicht so häufig bei den günstigen Modellen anzutreffen. Das Smartphone bietet außerdem ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display, eine 16 Megapixel-Kamera, sowie den Prozessor Snapdragon 430 und 3 GB Arbeitsspeicher. Und wenn ihr es braucht, könnt ihr euch sogar das Modell mit Dual-SIM-Slot bestellen. Alles in allem also eine Menge Smartphones fürs Geld. Es ist schon ziemlich krass, was man inzwischen für Smartphones für wenig Geld bekommt. Geschicke Metallgehäuse, Full-HD-Auflösung und sogar schon randlose Displays. Das ist wirklich der Hammer. Da muss dann auch irgendwie nicht mehr das super teure Flaggschiff für 1.000 Euro sein. Oder was meint ihr? Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch hier ein bisschen weiterhelfen konnte. Noch mehr günstige Smartphones, bis maximal 250 Euro, findet ihr in meinem Artikel, den wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Da findet ihr übrigens auch alle Smartphones, die wir euch vorgestellt haben, verlinkt. Macht's gut, bis zum nächsten Video.